Viel Spaß auf jeden Fall wünschen wir Ihnen und alles Gute und die zwei Karten kommen zu Ihnen. Vielen Dank. Tschüss, Grüße nach Hochspeyer. Auch viele Grüße an Nicole. Dankeschön. Tschüss. So, wunderbar. Zwei Karten und zwei Hörer, die, denke ich mal, am 1. Juni begeistert sein werden von diesem tollen Konzert. Wir haben vorhin schon mal über deinen Geburtstag gesprochen, den Nied. Ja, und noch viele an der Nied.